Wir fangen jetzt wieder ab, deswegen pfeife ich mal. Gebt mir aber trotzdem Mühe, natürlich fair für beide Seiten zu pfeifen. Das ist ja gar keine Frage. Wünsche ich mir auch von euch, dass ihr fair spielt. Also wenn es zu hart wird, werde ich das auch entsprechend abpfeifen. Und ansonsten wünsche ich uns heute Morgen ein schönes Spiel. Viel Spaß dabei zu haben. Und dann, ja, ach ja, die Zeitplanen müssen wir noch machen. Machen wir die Seite mal. Käpt'n Alissa und Hannah. Okay, so, verstecken wir mal die Pfeife. Eigentlich hat der Gast recht, aber da ich jetzt pfeife, hast du jetzt das Recht auszuwählen, wo die Pfeife drin ist. Wer die Pfeife spricht, dann bleibt Seitenwahl. Okay, habt ihr Seitenwahl? Entscheidend, von welcher Seite von wonab, wo ihr spielt? Ihr bleibt da. Okay, gut. Ja, dann los. Ja, dann los. Ja, dann los. Tschüss.